Dubai. Superlative in der Wüste. Innerhalb der letzten 40 Jahre hat sich Dubai von einer Beduinen-Siedlung in der Wüste zur Weltrekordstadt gewandelt. Megaprojekte wie die... ...Habalgrill! 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 Musst du meine Hand die Nummer wechseln wegen Habalgrill? Habal gibt mir einfach nur ein Köfteschwies. Dazu einen schönen frischen Ei dann. Dubai, I'm coming! Jumeirah Road. Grüße gehen an die Jungs in Dubai. Aber was verbirgt sich hinter dem Mythos? Ein Köfteschwies erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Ihr habt hier ein Exklusiv-Announcement. Dubai, I'm coming! ...Hrrr!